Was ist das? Es ist eine Reife von einem Auto gewechselt. Alter! Aua! Wir sind ganz so weit gefallen heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Human Fall Flat. Es ist ein neues Update herausgekommen, nämlich Underwater. Das erste Mal, dass man auf Human Fall Flat unter Wasser sein darf. Wie heisst es so schön? Du begiftest sie. Ah! Nein, nein, nein! Bye, have a great time! Wow! Voll geil hier! Hier musst du dich nicht mal raufhangeln. Ganz einfach wie auf dem Mond hüpfen. Warst du schon mal auf dem Mond, oder was? Leute, ich war jetzt... Bin es... Bums... Alter, was ist das für eine Physik? Einfach nochmal da drauf stehen. Oh shit! Warte, ich habs bald! Ich habs bald! Bye! Boah! Nein, nein, nein! Okay, ich erkenne jetzt die Schwierigkeit und die Challenge, das... Ja... Was haben wir hier? Captain Jack Sparrow wurde hier versenkt, Junge. Und jetzt hier? Du musst nicht immer springen. Man muss die hier noch richtig drehen. Also muss ich zu der Kiste da drüben und die dir runter geben, oder was? Nein, nein, ich... Also, mach uns wieder so. Ich bin wieder der Diener, natürlich. Natürlich, ich bin der mit der Aufnahme. Oh, mamma mia! Aber ich mach den ersten runter, dann zieh ich dich einfach hoch. Weiss, wir müssen es ja auf Kinder-Level machen. Schau, wie ich mach. Jetzt watch this! So, watch this! So! Schick runter, das Teil! Oh man, oh man, oh man! Ey, amazing! Oh, 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 oh! Bist du drauf? Musst ihr mitnehmen, ich nehme mal mit. Halt dich fest! Oh, spring! Spring! Ja, 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 ja! Funktioniert! Oh! Checkpoint? Ja! Da musst du immer neu laden, kannst du nicht einfach selber... Soll ich da unten bleiben, oder was? Ich hab jetzt keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ich hol das Boot, oder? Ich hab das Boot! Ich hab ein Boot entschieben. Ich auch! Du hast nicht mal was gemacht! Sobald ich irgendwo runterschaue, fall ich runter. Aber das Boot ist weg. Ah, da ist ein Boot! Das ist ein Boot! Wir kennen die Geschichte mit dem Schwingen. Das hat uns einen extra Teil gekostet sogar. Oh! Ich bin woanders! Ich hab ein Checkpoint! Aber ich glaub, ich sollte hier gar nicht sein! Oh, das Spaghetti Bolognese, jetzt! Boah! Digga, ist das jetzt langsam so ein Insider, dass wir einfach irgendein random im Video überlassen reden, oder was? So ein richtig geiler Köfte-Spieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Mann, diese Physik von diesem verkifften Südich ist so schlimm! Oh! Ich bin auch gerade irgendwo! Wo bist du? Was? Wir haben beide gute Ansätze. Oh, ich bin sehr gut! Draha! Ah! Ach nee, oh Gott! Und wohin muss ich jetzt? Hallo! Hallo! Wir haben noch kein Checkpoint, James! Nicht ausatmen! Geh da runter! Ich getraus mich! Tschüss, Erik! Geh mal! Ein Checkpoint gibt's hier unten! Ei! Ah, ich smier! Huh! Du musst das Muscheltelefon benutzen. Hey! Er hat's nicht geschafft! Ich wurde gegen diese Halbkugel oben katapultiert und flog wieder runter. Ah, hallo! So, du machst die rechten zwei, ich mach die linken zwei. Hallo, kannst du mal bitte meinen Hebel loslassen? Dankeschön! Ah, warte, der macht runter! Oh, nein, hallo! Nein, sorry! Sorry! Bye-bye! Ähm... Was macht mein Hebel? Du kannst, glaub ich, die Klammern steuern. Oh, perfekt! Oder? Ich seh's nicht. Ja, perfekt! So, jetzt schau, jetzt schau, jetzt schau, jetzt schau. Watch me! So, perfekt! Und das zu uns? Oder doch zu uns? Let's go! Aua! Hey, schau! Das ist eine Real-SD-Card! Dankeschön! Hier haben wir einen Schlauch. Ah, nein. Aber wenn's im roten Bereich ist, drücken. Ja! Jetzt können wir das hier aufmachen. Ah, das ist ein Staubsauger! Ja, so wie's aussieht. Also, ich geh mal rüber, ne? Kann ich das aufziehen? Chill, man! Ah, hier muss man nochmal drücken. Aber im kleinen Zeitraum. Perfekt! Staubsaugt's jetzt! Nein, sie sind gebläse. Gut. Charonimo! Oh, nein! Mach du den Weg! Ich mach den Weg! Das ist doch super, dass ich den Weg mache, ne? Du hast den einfachen Weg genommen, weißt du? Ja! Tschüsslsdorf! Ja! Pfff! Ähm, hallo? Was soll ich hier anfangen? Ach nein, anscheinend. Ich bin jetzt drüben. Sehr schön für dich. Haha! Ich hab nen Checkpoint. Ja, und wie komm ich da rauf? Du musst von der anderen Seite kommen. Oh, komm schon. Ja, ja. Bitte, bitte, bitte! Gib mir deinen Kopf! Ja! Ja! Oh! Nein, ich steh einfach schon wieder. Warte, ich leg mich wieder hin. Hier hast ne Glocke. Also, lag die wird die Glocke, meine Damen und Herren. Jungen, die Glocke, die hat's ja übelst dick hinter den Ohren. Faust dick hinter den Ohren, aber. Dick hinter den Ohren ist auch gut. Ah, hier haben wir nen Hogan. Ja! Und jetzt nehmen wir den Anger. Oi, oi, meh, ey, ey, ey. Ah, warte, 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 warte. Jetzt hab ich's begriffen. Ja, stehen wir drauf. Deswegen ist das hier. Ich dachte mir schon. Ah, hä. Ah, Cedric, weißt du, was fehlt? Was? Keine Ahnung. Aber es fehlt noch was. Nein, keine Ahnung, was fehlt. Ja, da hat einfach nicht geschwebt der Anker. Sonst wär's geklappt. Haben wir nen Hammer? Ah, Hammer? Ich hab nen Hammer gesehen. Ja, ich hab nen Hammer gesehen. Ich dachte mir noch, warum ist dort nen Hammer? Ich kann's mir nicht vorstellen. Ist das nicht der Hammer? Oh, fuck. Nein, dann vorbei. Es sieht viel epischer von meiner Seite aus. Ah, schon passiert. Ähm, aber die waren nicht da genug, oder? Ähm. Also der eine fällt einfach die ganze Zeit falsch runter. Sollte das umfallen da rüber und wir haben ne Brücke, oder was? Später. Jetzt. Ja, ha. Genau zwei sind umgefallen für uns beide. Jamie, komm in meine Arme. Komm in meine Arme. Ja. Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Eih. 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 Bis zum... Nächsten Mal. Also... Ja. Ja, ja. Ciao. Eih. 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 Vielen Dank.